Die erste Rande, die war die Chantal. Ja, und die Chantal, die ist ja sehr schlau. So, na Chantal ist bereit und los geht. So, ja, kann sie ja loslassen. So, für diejenigen, für diejenigen, die nicht auf den Pass haben, macht die Chantal, das ja noch einmal. So, macht sie ja wunderbar. Auch so lange, wenn man dann rektalierde. So, dann kann sie ja loslassen, die chantal nicht loslassen. So, die Chantal, die Chantal, das rekt an die Fresse und dich. Na, das war eins, und. So, hop, die Rande können, dies als zwei Meter springen. Das machen die ja eigentlich in der Regel, wie man voetters opkommt, oder wenn die in bedrengers geraten. Und die Drugs, um ein bisschen weiter springen. So, die Chantal, die hat ja auch in den Funden. Weil Rande sind ja nicht alleine. Und nämlich einmal die Bussi. Die Bussi gilt als Hercules unter der Ratten. Anders gesagt, das ist einfach die sterkste Ratten der Welt. So, wie wir gerade gesehen haben, wie die Chantal, die kleine Eimer hochkomen hat. Das ist gleiche, aber die Bussi ja jetzt auch, mit dieser große Eimer. Und wir haben das natürlich nicht so einfach gemacht. Und haben wir noch ein extra Zandrein gekeken. So, Bussi. Ja, Bussi war's. Hey, hogebe. Die Grunta-Kletten. Jetzt ist ja jarenlange training im Eimer. Ja, der guckst aber blöd. Ja, jetzt kannst du auch wieder alleine hochtreten. 1, 1 und 2. Wunderbar. Und so sind die zum Beispiel auf die Anlegedauer von den Chef gelangt. Wunderbar. Ja, so, das war es ja auch wieder von Dueslos. Drei-sekündiges Programm. Ich hoffe, dass es ihnen in einigermaßen gefallen hat. Nichtdestotrotz. Ja, dankeschön. Nichtdestotrotz. Wenn sie rollen, können sie die Eddie, die anfang da war, noch streiten. Die kommt ja zusammen mit seine Freundin in Branka. Branka ist ja noch ein Packer. Dann kann die Anpassung ja alles gut nicht was erholt. Allerdings nicht an Popo. Weil das mögen wir ja auch nicht so. Wenn sie uns an Popo rumfummeln. Deswegen bitte nicht an Popo. Und ansonsten wünsche ich ihnen noch ein halbeming und schöne Tage heute. Schnellvermagens Frucht. Wenn sie los sind. Next einmal. Und jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.